Und willkommen zur neuesten Runde von... Inser... 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 God! Insergency? Gott, Lander, war das so schwer? Ja, war es. So, ja, es geht wieder weiter. Und... Wieder das gleiche, wieder dasselbe. Und ich hoffe mal, dass wir wieder gewinnen. Ich war wahrscheinlich zu spät auf der Seite. Worauf schießt du denn? Ich brauche mal was doofes, aber... Okay, das ist sehr doof. Ich glaube doch gar nicht. Alter, dieses Verlangsamen, ey. What the... Alter, wenn es mich hier alles blockt, ey. Ich sehe den nicht. Ohne Scheiß. Hey, hey, Alpha's under attack. What the fuck? Ich sehe die nicht. Die sind unsichtbar. Oder hat mich jetzt mal eine Freund gekillt? Kann das sein, dass mich jetzt der Kamerad gekillt hat? Aber einfach aus Reaktion, weil ich aus der Seite kam. Danke. Danke. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig. Ohne Witz. Hat der jetzt auf mich geschossen, obwohl ich noch nicht mehr drin war? Ach Leute, der war außen. Deswegen. Hätte ich wohl noch ein paar Sekunden warten müssen. So, rechts oder links? Wohin guckst du? Du gehst die Treppen hoch. Du weißt, dass noch eingenommen wird. Das heißt, da hinten ist er. Der ist da hinten. Das heißt, wir müssen noch... Ach nee, da ist überhaupt keiner mehr. Es geht weg. Gut. Eine Wave, dann haben wir es schon wieder geschafft. Puh. Bis zur Verstärkung dauert es aber auch wirklich lange. So. Alter. Die stehen auf Selbstmod. Ohne Witz. Das ist nicht normal, ey. Weh, du platzierst es. Ah, okay. Oh, cool. Das hätte ich sogar... Na gut, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht geahnt, dass er jetzt stirbt. Aber es ist wirklich... Unglaublich. Woher geht der scheiß Fratze? Ach, ich hab den Typen erwischt. Leute. Oh, fuck. Komm schon... Na gut, 20 Sekunden. Können sie das nicht mehr einnehmen. Ja, können sie nicht mehr einnehmen. Damit haben wir das schon wieder gewonnen. Easy, deezy. Tja. Ging ja wirklich ohne Problem. Oh Gott, geh wieder rein. Es wird eingenommen. Also wenn sie das Ding noch einnehmen, dann knall ich euch allen eine. Lol. Zeit ist still. Die nehmen das Ding ein. Fuck. Die Zeit ist doch rum. Nur weil sie da noch im drinnen sind, müssen wir sie erst mal alle auslöschen, ey. So. Ja. Wollen wir das Ding absichern hier. Nichts übersehen. Aber wäre er jetzt da gewesen, hätte der andere den wahrscheinlich nicht mehr entdeckt. Aber das Ding ging ja sowieso zurück. Ja. 1710. Ist doch in Ordnung. GG Kartoffelpuff... Äh, Power. Kartoffelpuff... Die Gegner haben ist gerade der kleine Nachteil. Muss ich zugeben. Aber es ist sowieso aus. Und wir schauen mal nach, was jetzt als nächstes kommt. Ich bin mal gespannt. Siege... Skarmisch. Okay, kontrolliere alle Gebiete und zerstöre das Waffenversteck der Gegner oder eliminiere das gesamte gegnerische Team. Hm. Hm. Ähm. Seppa. Was gewählt. Ah, ich bin Terrorist. Naja dann. Was will ich damit? Vier Punkte sind verdammt viel. Will ich ne Weste haben? Moloktov will ich haben. Damit kann man arbeiten. So. Da ist E, da ist A. Wir gehen zu A. Logischerweise. Weil ich will mit meinem Moloktovs ein wenig was versenken. So, gut. Ich hab zwei Stück. Zwei Stück kann man doch sicherlich einiges machen. Okay. So. Wir sind mal wieder auf der Seite. Wie sonst eben auch. So. Fuck ey. Ich hab ihn noch gesehen, aber ich bin noch gerannt. Ach Gott. Naja. Er erwischt haben wir ihn. Ach Gott. Der Gegner beschwert sich wieder. Ach der Nexus alter. What the fuck. Ich hab ihn doch erwischt. Ach Gott. Ich verstehe es ja, wenn man sich vor dem Rechner aufregt. Das ist vollkommen normal. Aber das in den Chat zu schreiben. WTF und so weiter. Das ist, naja. Nicht nötig. Oh Gott, nein. Oh Gott. Du wirst sterben. Pussy. Was? Pussy Slayer. Junge, bau dir einen Fördergriff ein. Oder schießen, äh. Immer nur drei. Das gibt's doch nicht. Wir laden die Anwaltungen. Will jetzt seine Probleme mächtig haben, ey. Ich lass dich vor. Frei. Ich vertraue dir immer. Ich geh mal zur E. Charlie is ours now. Good job. Und er wird sich um keine Ahnung, von wo es hier kommt. Das mag ich gar nicht. So. Die macht mich echt verrückt, die Typen da. So. Alter, Junge. Ah. Eigentlich läuft's so. Der Pudding hat das Spiel verlassen. Wir sind bereit von diesem Mann. Wir müssen etwas tun. Wir haben Bravo. Bravo und Lars. So. Jetzt doch Alpha sagt ihr. Das war's, ja. Easy. Das war wirklich easy. Muss man echt zugeben. So. Nexus 0, 0. Ist ja wohl raus und wieder rein. So auf die Art, ähm, ich will wieder mal eine coole KD haben. Ihr Nut... Ihr Nutella-Opfer. Ich mag Nutella. Danke. Echt nett von dem. Those Bastards will look at coming here. So. And here we go. So, mal schauen, wie langs diesmal dauert. Wir hätten eigentlich schon einen Cut machen können, aber egal. Vielleicht läuft's ja wieder so schnell ab. Oder wie wir verlieren. Schnell. Kann natürlich auch sein. Das wird wohl sicherlich allen geben, der da langgelaufen ist. Oder hatten jetzt alle Angst. Kann natürlich auch sein, dass jetzt alle campen. Tja. So, wohin geht's. Ja, deswegen ist er zurück. Wir müssen noch Bett und so weiter einnehmen. Okay, we are taking Bravo. Cowards will not be tolerated. Go where the fight is. Ja, ja, ja. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Lol. Da hat er hinter mir gecampt. Ja, von da kommt er. Neun Sekunden. Machbar. B und C noch einnehmen. Da haben wir schon wieder geschafft. Oh oh, da ist einer. Da muss ich jetzt nach links gucken. Oder? Nein. Er hat den Anscheinung gekriegt. C noch. Komm schon. Schön, dass er wirklich den gleichen Gedanken hat wie ich. Fuck, Alter. In seine Kuckeln fliegen schneller als ich drücken kann. Oh, das wäre eine schnelle Runde gewesen. Aber anscheinend wird es trotzdem nichts draus. Ja, aber... Okay, wir haben jetzt schon lange nichts mehr geleistet. Wird aber Zeit, dass wir wieder was machen. Nachdem wir nicht nochmal unseren Mordoktor schmeißen konnten gegen... ...denen. Bei Delta war einer. Das heißt, auf der Seite. Das heißt aber auch, er ist noch da. Ah. Ach nee, Delta hat er mal eingenommen. Das ist ja safe. Dann ist das hier eine sichere Sache. Kurz nochmal überall jucken. Hab mich heute noch nicht gewaschen gehabt. Ja, waschen ist nur was für Dreckskerl... Äh, Dre... Naja, lassen wir das immer. Ah, wie gesagt. Hab mich heute noch nicht gewaschen, deswegen juckt es mich auch gerade ein wenig. Und dagegen auch keine Wellen mehr. Das ist der letzte wahrscheinlich, sicherlich B. Ah, friendly. Na, der letzte ist C. Ich verstehe. Bravo, ist klar. Wir haben es. Auf, dass Charlie uns so lange einnimmt. Kann er nämlich nichts machen. Ohne Witz. Rechts. Ohne Witz. Ich kann wetten. Meine haben zuerst geschossen. Lol, der ist mitten bei mir gelandet. Bobby ist gay. Boah, 3,5 ist richtig mies. Ja, aber wir haben trotzdem gewonnen. Das war's wieder von heute. Für uns ließ es nicht so toll. Allerdings haben wir mit dem Teamwechsel es ziemlich gut gekriegt, dass unser Team gewinnt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.